Herzlich Willkommen zu diesem Video. Es geht in diesem Video um die Herleitung von zwei wichtigen Gleichungen, wie sie in der Blindleistungskompensation in Prüfungen und Klassenarbeiten angewendet werden. Die Anwendung dieser beiden Gleichungen habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Ich verweise hier auf dieses Video, denn hier in diesem Fall geht es nur darum, diese beiden Gleichungen herzuleiten. Es geht also eher um theoretische Aspekte. Die beiden Gleichungen, die nun hergeleitet werden sollen, sind hier schon angegeben. Das ist Qc gleich P mal Tangens V1 minus Tangens V2. Qc ist die Blindleistung, die der Blindleistungskondensator aufnehmen können muss. Die ergibt sich aus der Wirkleistung der Schaltung mal dem Tangens V1. V1 ist der Phasenverschiebungswinkel vor der Kompensation minus Tangens V2. V2 ist der Phasenverschiebungswinkel nach der Kompensation. In der Regel ist es so, dass man in den Anlagen ein Cosinus V1 messen kann. Mithilfe dieses Cosinus V1 kann man nun den Tangens V1 leicht überrechnen. Auch dazu habe ich ein Video erstellt, in dem gezeigt wird, wie man aus einem Cosinus V den Tangens V berechnen kann. Das ist eine recht einfache Operation. Die setze ich also hier als bekannt voraus. Anschließend legt man den Cosinus V2 fest, den die Anlage tatsächlich haben soll und kann dann aus dem Cosinus V2 leicht den Tangens V2 berechnen, sodass also diese beiden Größen als bekannt vorausgesetzt werden können. Der eine Wert ergibt sich aus der Forderung für die Anlage, der andere Wert ergibt sich aus einer Messung in der ursprünglich vorhandenen Anlage und P wird hier auch als bekannt vorausgesetzt. Damit kann ich nun Qc berechnen. Kenne ich Qc, so kann ich die zweite hierherzuleitende Gleichung verwenden, setze dort den Wert für Qc ein, teile das Ganze durch 2 mal Pi mal F mal UC, Kondensatorspannung zum Quadrat und erhalte daraus die Kapazität des Blindleistungskondensators, der hier eingesetzt werden muss. Wir sehen hier zunächst die unkompensierte Schaltung, ein induktiver Verbraucher, das kann zum Beispiel ein Wechselstrommotor sein. Das Leistungsdreieck dieses Motors ist hier angegeben, also das Zeigerdiagramm ist hier angegeben. Das setzt sich auch als bekannt voraus. Da haben wir die Wirkleistung P, die induktive Blindleistung QL und die Scheinleistung S, die der Motor aufnimmt. Aus den Beziehungen am rechtwinkligen Dreieck ergibt sich nun mit dem Satz des Pythagoras, dass S² gleich P² plus QL² ist. Mit der Beziehung Cosinus Phi ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Ankathete durch Hypotenuse, also P durch S ergibt sich nun die Beziehung P ist gleich S mal Cosinus Phi und mit der Definition des Sinus als Gegenkathete durch Hypotenuse, also QL durch S ergibt sich QL ist gleich S mal Sinus Phi. Diese Gleichung sollten Ihnen schon bekannt sein. Hier das Ganze noch mal im Blockdiagramm dargestellt. Die Schaltung nimmt die Scheinleistung S auf. Ein Teil wird in Wirkleistung umgesetzt, die aus der Nutzleistung und der Verlustleistung besteht. Und es wird eine Blindleistung, eine induktive Blindleistung QL in das Netz zurückgespeist. Und genau das ist das Problem. Das ist nämlich unerwünscht, dass Blindleistung in das Netz zurückgespeist wird. Da möchte man also bei der Blindleistungskompensation gegensteuern. Dieser Wert, der ins Netz zurückgespeist wird, soll dabei kleiner werden. Die dazu anzuwendende Schaltung ist im Grunde sehr einfach. Die sehen wir hier. Es wird einfach zu der ursprünglichen Schaltung einen Kondensator parallel geschaltet. Man kann auch einen Kondensator in Reihe schalten, aber ich beziehe mich hier auf die sogenannte Parallelkompensation. Dieser Kondensator wird parallel geschaltet. Dadurch geschieht nun folgendes. Die Wirkleistung des Motors ist nach wie vor die gleiche, denn der ist ja immer noch an die gleiche Spannungsquelle angeschlossen. Somit muss die Wirkleistung die gleiche bleiben. Das gleiche gilt auch für die induktive Blindleistung. Die bleibt auch gleich. Daran ändert sich nichts. Also dieser Wirkleistungsanteil bleibt gleich und auch die induktive Blindleistung bleibt gleich. Nun wird aber ein Teil der induktiven Blindleistung im Kondensator aufgenommen, gespeichert und wieder in den Motor zurückgeführt. Das geschieht hier automatisch. Ich begründe das nicht näher. Die Schaltung ist also ziemlich einfach. Sie wird schon dadurch realisiert, dass ich einfach diesen Kondensator parallel schalte. Ein Teil der induktiven Blindleistung wird also als kapazitive Blindleistung zwischengespeichert und wieder zurückgegeben in die Schaltung, wodurch sich die ins Netz zurückgespeiste Blindleistung um den Betrag QC verringert. Und damit habe ich mein Ziel erreicht. Die ins Netz zurückgespeiste Blindleistung ist kleiner geworden, wodurch auch die Scheinleistung kleiner wird, die von der gesamten Schaltung aufgenommen wird und damit auch der Strom, der von der Schaltung aufgenommen wird. Wir sehen hier das Zeigerdiagramm der Leistung. Nach wie vor gilt das alte Zeigerdiagramm, das hier den äußeren Rahmen bildet. Denn nach wie vor gibt es ja den Motor, der nach wie vor an der gleichen Spannung betrieben wird. Also gibt es auch nach wie vor dieses Zeigerdiagramm. Diese Größen existieren weiterhin in der Schaltung, allerdings hier im inneren Teil. Nach außen hin sind die nicht mehr unbedingt sichtbar. Da ein Kondensator sich grundsätzlich genau anders herum verhält als eine Spule hinsichtlich der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom, heißt das, dass die kapazitive Blindleistung des Kondensators gegenüber der induktiven Blindleistung der Spule um 180 Grad Phasen verschoben ist. Deshalb darf nun die hier angegebene kapazitive Blindleistung genau entgegengerichtet der induktiven Blindleistung in das Zeigerdiagramm eingetragen werden. Dadurch ergibt sich nun, dass die Blindleistung, die in das Netz zurückgespeist wird, berechnet werden kann, indem man einfach von der induktiven Blindleistung QL die kapazitive Blindleistung QC abzieht. Das ist also der Anteil, der nach wie vor in das Netz zurückgespeist wird. Dadurch ergibt sich ein neuer Phasenverschiebungswinkel Phi2, der nun kleiner geworden ist, gegenüber dem ursprünglichen Phasenverschiebungswinkel Phi1, der nach außen hin zu messen war. Und somit ergibt sich auch eine kleiner werdende Scheinleistung, die von der gesamten Schaltung aufgenommen wird. Denn dieses ist der Zeiger für die Scheinleistung nach der Kompensation. Der muss ja kürzer sein als die Scheinleistung für die ursprüngliche Schaltung. Denn dieser Zeiger hat sich ja nun in diese Richtung verschoben. Und wie man sieht, ist er offensichtlich dabei kleiner geworden, was nichts anderes bedeutet, als dass tatsächlich auch die Scheinleistung kleiner geworden ist. Ich werde jetzt die beiden Gleichungen, die oben angegeben sind, aus diesem Zeigerdiagramm herleiten. Wenn man sich das ursprüngliche Zeigerdiagramm ansieht, dann erkennt man dort leicht, Tangens Phi1 ist gleich QL durch P. Tangens Phi1 ist gleich QL durch P, nämlich Gegenkathete durch Ankathete. Das ist die Definition des Tangens. Hier nochmal angegeben. Also Tangens des ursprünglichen Winkels ist gleich QL durch P. Umgestellt auf QL ergibt sich P mal Tangens Phi1. Da wir diese Beziehung gleich noch benötigen werden, ist die hier grün markiert. Der Tangens Phi2 dieses Winkels ist nun wiederum Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist QL minus QC, also diese Länge geteilt durch P. QL minus QC durch P ist Tangens Phi2. Umgestellt auf QL minus QC ergibt sich QL minus QC ist gleich P mal Tangens Phi2. Das wiederum umgestellt auf QC ergibt sich daraus QC ist gleich QL minus P mal Tangens Phi2. Dieses QL kann ich nun ersetzen durch diesen Ausdruck. Das geschieht hier an dieser Stelle. Hier wird nun Tangens Phi1 mit P multipliziert. Hier wird Tangens Phi2 mit P multipliziert, sodass ich das P ausklammern kann. Und dadurch entsteht die bereits oben angesprochene Gleichung für die Berechnung der kapazitiven Blindleistung des Kondensators. Es ist nun noch die Formel für die Berechnung der Kapazität dieses Kondensators herzuleiten. Dazu bediene ich mich einer Analogie. Bei einem ohmschen Widerstand kann man die Leistung aus der Spannung zum Quadrat geteilt durch den Widerstand berechnen. Also P gleich U Quadrat geteilt durch R. Das ist möglicherweise schon bekannt. Analog dazu kann ich nun die induktive Blindleistung QC berechnen, indem ich die Kondensatorspannung quadriere. Genauso wie hier die Spannung an dem ohmschen Widerstand quadriert worden ist. Und das durch den kapazitiven Blindwiderstand des Kondensators teile. Das ist also eine echte Analogie, die wir hier sehen. Hier werden einfach die entsprechenden Größen des Kondensators eingesetzt. Da aber außerdem QC gleich 1 durch Omega mal C ist und mit Omega gleich 2 mal Pi mal F sich damit für XC ergibt, XC ist gleich 1 durch 2 mal Pi mal F mal C, kann ich nun genau dieses XC in dieser Gleichung ersetzen durch diesen Ausdruck. Damit ergibt sich für QC mit ein ganz klein wenig Umstellerei. QC ist gleich U Quadrat mal 2 mal Pi mal F mal C. Diese Gleichung muss ich nur noch auf C umstellen. C ist somit QC geteilt durch 2 mal Pi mal F mal UC Quadrat. Das ist die gesuchte Gleichung. Ich möchte hier an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Kapazität des Kondensators erheblich kleiner wird, wenn der Kondensator an einer hohen Spannung betrieben wird. Denn die Spannung geht hier im Nenner zum Quadrat ein. Deshalb wird man diesen Kondensator häufig an hohen Spannung betreiben, insbesondere in Drehstromsystemen, wo man durchaus die Wahl hat, die Kondensatoren in Stern oder in Dreieck zu schalten. In dem einen Fall liegen sie an 230 Volt, in dem anderen Fall an 400 Volt. Ich möchte ja auch noch mal darauf hinweisen, dass man niemals auf Cosinus V gleich 1 kompensieren darf, obwohl dann die ins Netz zurückgespeiste Blindleistung gleich 0 wäre. Es würde dabei nämlich ein Schwingkreis aus L und C in Resonanz entstehen. Wir haben also hier einen Schwingkreis. Es schwingt Energie zwischen der Induktivität und der Kapazität hin und her. Das sieht man auch in diesem Bild. Da ein Teil der der Blindleistung von QL wird in dem Kondensator aufgenommen und wieder abgegeben. Das bildet also quasi den Schwingkreis hier. Und wenn ich einen Schwingkreis in Resonanz bringe, dann bedeutet das, dass er sich immer weiter aufschwingt. Das habe ich in der entsprechenden Übungsaufgabe auch noch mal mit einer etwas anderen Analogie erläutert, verweise also hier noch mal auf die entsprechende Übungsaufgabe. Und ein Schwingkreis in Resonanz bedeutet bei einem Parallelschwingkreis, dass es zu Stromüberhöhungen kommen kann. Das heißt, der Strom zwischen diesen beiden wird immer größer und zwar auch so groß, dass am Ende die Leitungen abbrechen. Da in der Regel hier keine Sicherung eingesetzt wird, sind die Leitungen ungeschützt und es würde tatsächlich anfangen zu brennen. Also das ist ein Fall, der auf keinen Fall auftreten darf, dieses Zurückkompensieren auf Cosinus Phi gleich 1. In einem reinen Schwingkreis, wenn ich also den Kondensator hier in Reihe geschaltet hätte, entsprechend hier rein, könnte es dabei zu Spannungsüberhöhungen kommen, wenn auf Cosinus Phi gleich 1 zurückkompensiert wird. Ja, ich hoffe, Sie konnten die Herleitung dieser beiden sehr wichtigen Gleichungen in Prüfung und Klassenarbeiten nachvollziehen und hoffe, dass Ihr Verständnis für das Thema damit auch gewachsen ist. Und natürlich hoffe ich auch, dass Ihnen das Video gefallen hat. Ich würde mich über einen Like sehr freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank!